Hallöchen meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein, nein, mal wieder, heute gibt es mal ein harte Turmel von mir. Nichts Besonderes, nur diese, ja, ich nenne sie mal, das Frisch vom Friseurgefühl. Sieht so aus bei mir, ich weiß nicht, ob ihr das alles ordentlich seht. Ich hoffe es und denke es, ja, in meinem Kulor hinten ist ein Schlitz nicht, dass ihr euch wundert. Auf jeden Fall sind das die Lieblings, oder ist das meine Lieblingsfrisur, die ich echt über, über, über alles liebe. Jetzt ist mein Akku leer und das zum Anfang. Ich werde mal kurz die Kamera einstepseln. So ein Mist. So, und ich habe meinen Pony mal weggekleppt, weil mich das zurzeit echt ganz schön nervt. Ja, ich hoffe, ihr mögt dieses, also ich mag dieses Gefühl auf jeden Fall total sehr. Oben alles glatt und unten so einen ganz leichten Schwung. Ich finde das einfach total, ich mache es schön. Ich mache das auch, wenn man sich danach einfach nur einen Zopf macht und der Zopf einfach mal so aussieht. Also ich weiß nicht, aber ich liebe das einfach echt über alles. Ja, und das hinzubekommen ist ja eigentlich, finde ich, als jemand, der so ein Legastheniker ist, also ich bin zum Beispiel mit Föhn und Bürste, das ist überhaupt nicht meins. Hier unten mag das noch gehen, aber hier oben wird es dann schon schwierig und ich kriege da meistens eine Krise. Also habe ich mich mal so eine ganze Weile beschäftigt mit rotierenden Handbürsten, Rundbürsten und mit nicht rotierenden Rundbürsten und überhaupt mit Rundbürsten. Und es gibt wenig Bürsten, die nicht rotierend sind. Und mit großen Zacken, mit einer großen Rolle an sich und mit einem Schutz und nicht zu teuer, aber auch nicht zu günstig. Und ach, wisst ihr, es war echt schwierig. Ich habe auf jeden Fall eins gefunden. Ich weiß nicht, also ich habe, ich bin natürlich wie immer der Meinung, dass ich dieses Gerät jetzt entdeckt habe. Aber ich habe vorhin in meinem, also vor einem Video, ich habe ja euch gezeigt, wie es geht und in dem Video habe ich gesagt, ich könnte wetten, das ist ein übergehyptes Produkt und ich habe einfach keine Ahnung. Aber ich zeige es euch trotzdem nochmal und wer es schon kennt, der kann dann jetzt auch wegschalten. Und wer nicht, der kann sich freuen, weil ich liebe es. Wir reden von dem Philips Pro Care Styler. Genau, das ist die Styling Brush. Es gibt keine Nummer, ich werde euch aber dieses Gerät unten verlinken. Es hat auf jeden Fall so einen Ionic Schutz drin oder Ionic Schutz, aber ich glaube Ionic war es ausgesprochen. Und man hat drei Stufen. Also hier ist es aus, ist klar, dann eine leichte Stufe und die zwei ist natürlich die starke Stufe. Dann hast du hier oben einen Regler bzw. einen Drehregler. Wir reden jetzt jetzt mal so. Auf jeden Fall kannst du die Zacken raus und rein drehen. Was mich ein bisschen stört, bin ich ganz ehrlich, wenn ich mir meine Locken mache, dann mache ich das ja, also naja, heute habe ich es nach außen gemacht, dann mache ich das ja immer so, ja. Und dann will ich ja hier anfassen und drehen. Und wenn ich das da mache, dann drehe ich meistens die Zacken raus. Wisst ihr, was ich meine? Also da muss man jetzt so ein bisschen Handling haben, dass man halt das hier nur noch leicht anfasst und dann funktioniert das auf jeden Fall, ja. Das ist so das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stört, gerade wenn es schnell gehen muss, dann und dann klack, Strähne wieder draußen. Was ich aber vorhin das allererste Mal bemerkt habe im Video, dass es einen Sinn hat. Und zwar kannst du dir eine Strähne nehmen. Wir nehmen wieder diese hier. Drehst diese Strähne ein. So. Ach, jetzt ist ja alles rausgerutscht. Also du drehst die Strähne ein und hältst das Ganze dann eine Weile und machst dann so und dann hast du eine richtige Locke. Also ich habe jetzt hier vorhin auf irgendeiner Seite so eine Locke gehabt. Genau, hätte ich es länger gehalten, wäre die wahrscheinlich auch geblieben. Und der Durchmesser ist halt echt relativ dick, ja. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Gerät echt nicht zu sagen. Außer, dass es wirklich sehr heiß wird. Ja, es ist hier so eine Beschichtung. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt. Es wird halt so ein bisschen prickelig und frisselig. Aber ich glaube, wenn ich das endlich mal abwischen würde, dann ist das auch weg. Ja, ansonsten ist das hier so ein cooler Griff. Also es ist mit so einem, wie nenne ich das jetzt? Ja, es ist halt nicht so glatt. Das ist so ein Gummigriff. Das macht sich ziemlich cool in der Hand. Auch an sich finde ich das Gerät nicht schwer. Das finde ich immer wichtig. Und es lässt sich wirklich schön halten. Also man dreht schön damit. Ja, das Einzige ist das hier. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich immer eine falsche Richtung drehe. Keine Ahnung. Also wenn ich nach außen drehe, funktioniert es. Drehe ich aber nach innen, dann drehe ich mir immer wieder die Zacken raus. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit, mit der kann man echt gut leben. Ja, ansonsten könnte das Kabel ein bisschen länger sein, bin ich ganz ehrlich. Und ja, hier ist noch eine Anleitung drin, aber ist jetzt nichts Besonderes. Ach, schaut mal einer an. Hier wird sogar erklärt, wie die die Locken macht. Und zwar eindrehen, acht bis zwölf Sekunden halten und dann das hier oben lösen und dann fällt die Locke raus. Also man kann es auch wirklich als kompletten Lockenstab benutzen. Ja, für mich ist auf jeden Fall jetzt erstmal nur eine Rundbürste, die sich nicht, also die nicht rotierend ist und die einfach so eine wunderschöne Frisur macht. Und was mir aufgefallen ist, ich habe das ja jetzt schon eine Weile. Ich teste das echt schon lange. Ich würde sagen seit Februar. Immer wenn ich damit meine Haare mache, bekomme ich ganz viele Anfragen. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Warst du beim Friseur? Und ja, that's it Ladies. Das ist der Gerät. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr glücklich. Verwendete Produkte, die ich dann so noch für mein Haar benutze, habe ich euch auf jeden Fall gezeigt. Und dann ansonsten wünsche ich euch wirklich jetzt viel Spaß mit meinem Video. Bis dann. So ihr Lieben, also wir beginnen jetzt einfach mit der Routine, wie ich es immer mache. Ich habe die heute Morgen gewaschen, dann habe ich die gefüllt, dann war ich auf Arbeit, habe mir einen kleinen Dutt gedreht und ja, sind auf jeden Fall schön durchgetrocknet. Heute Morgen habe ich benutzt von Kerastase dieses Thermo Hitzeschutz. Ja, die Milk, die benutze ich zurzeit immer. Also ich mache die jetzt alle. Ansonsten ja, benutzt immer irgendein Hitzeschutz Spray, Hitzeschutz Balsam, Hitzeschutz irgendetwas. Also irgendwas benutze ich auf jeden Fall auch immer, 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 immer. So, dann habe ich meine Haare auf jeden Fall schon mit meinem Täneteaser durchgekämmt. Das ist jetzt meine normale Haarstruktur, wenn ich wirklich noch nichts gemacht habe. Also außerdem Dutt war heute wirklich noch nichts mit meinem Haar gewesen. So, aktuelle Länge ist übrigens wieder so. Also ich finde es ja echt der Wahnsinn, ja wie schnell meine Haare erwachsen. Überlegt mal, die waren hier bis vor kurzem. Absoluter Wahnsinn. So, Mädels, jetzt teile ich mir, wie man es halt kennt, hier so die mittleren Teile ab, dass das dann so aussieht. Und daran nehme ich mir so eine Strähne. Also meine Haare sind jetzt schon irgendwie relativ glatt geworden. Ich habe ein neues Haarpflegeprodukt, das muss ich euch unbedingt bald zeigen. Aber ich bin noch in der Testphase. So, das Gerät ist an. Ich mache es immer auf volle Bude. Einfach ja, das mit dem Kabel ist ganz schön kurz. Ich mache es so. Dann muss ich ein Stück zurück, aber ist ja egal. So, auf jeden Fall nehme ich das Gerät und drehe einfach nicht, sondern ziehe. Ich ziehe nur meine Strähne drüber und bei dem letzten Teil unten, die Spitzen, die drehe ich dann quasi ein. So. Was ich ein bisschen blöd finde, wenn man so macht, gehen die Zacken raus. Das heißt, also man ist ja immer gewohnt, quasi in die Richtung zu drehen. Ist aber bei dem Gerät ein bisschen blöd, weil dann gehen die Zacken raus. Aber ja, ich weiß jetzt, dass ich hier nicht mehr dort drehe, wenn ich drehe. Wisst ihr, ich mache das nur noch ganz leicht. Ja, und dann sieht die Strähne so aus. Die Strähne ist jetzt glatt, aber unten habe ich einen Schwung, wie man es beim Friseur halt immer möchte. Also ich zumindestens. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde immer, Föhn können ganz weniger. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber ich war noch nicht bei der richtigen wahrscheinlich. Also meine kann super gut färben und schneiden. Die kann mega schneiden, aber füllen kann sie leider nicht. Stiezi, wenn du das hörst, ist nicht böse gemeint. Also ich finde, meine Haare sehen nicht so schön geföhnt aus. Aber wir haben ja auch meistens nicht so viel Zeit. Das könnte auch daran liegen. So, jetzt ist es wieder passiert, aber egal. Dann dreht man das wieder auf und gut ist. Das ist aber das Schöne, wenn man, wenn die Haare verknoten, dass man halt einfach nur eine Drehbewegung hat und dann, ja. Ich glaube, vielleicht wenn man Locken macht, das könnte sein. Ja, die Idee ist mir jetzt erst gekommen. Also wenn man das dann jetzt so macht und dann vielleicht, ja, keine Ahnung. Zweites und ja, dritte Strähne. Also ich käme halt immer erstmal, ne? Seht ihr ja jetzt gerade. Und dann den unteren Bereich immer einloggen. So. Und das wird so schön, so unheimlich schön. Das muss ich mal drehen, wegen dem Kabel. Hier kann ich näher rankommen. So. Also erstmal so ein bisschen ansetzen. Dann lang ziehen. Und dann könnt ihr den letzten Teil eindrehen. Einfach nur drehen. Drehen, 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 drehen. Man kann es bestimmt auch halten, aber ich drehe das. Ja, wie bin ich auf das Gerät gekommen? Ich habe schon ewig nach einer nicht rotierenden Rundbürste geguckt, weil ich das furchtbar finde. Wenn sich eine Rundbürste dreht, erstens verknotet ihr dann alles. Das hasse ich einfach wie die Pest. Und zweitens, ja, mag ich das nicht. Und ich mag hier halt dieses glatte Haar mit dem letzten unteren Bereich, also die Spitzen, dann, wenn die im Schwung sind. Ich finde das einfach so, so, so hübsch. So, und dann kann man das halten. Ja, ich glaube, das ist bestimmt dafür. Und dann, ach, seht ihr? So kriegt man auch eine richtige Glocke. Da muss ich erst das Video drehen, um dass ich auf die Idee komme. Also, naja. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich drehe es auf jeden Fall komplett ab. Ich weiß nur nicht, ob ich nachher irgendwie das im Zeitraffer machen soll. Joa, Mädels. Ganz easy. Ich hoffe, ihr erfreut euch, dass es von mir immer wieder ein Haar-Dingsbums gibt. Ich muss jetzt mal kurz in den Spiegel kommen. Ich habe hier nämlich noch einen. Nicht schlimm, lass ruhig, Schatzi. Ja, ist nicht schlimm. Meine Lebe, hat er gehört? So. Und hier mache ich das ganz einfach. Ich hoffe, ihr seht das. Ich teile mir jetzt hier gar nichts mehr ab, sondern ich mache das jetzt einfach nur frei, Schnauze. Der Bereich ist mir richtig schön glatt genug. Obwohl ich echt sagen muss, ja, dafür, dass ich ja meine Haare nun jetzt letztens blondieren lassen habe, sind die echt gut, ey. Ich habe nicht glück mit deinem Haar. Ich sage es euch. Hier haben wir 12% schönen Farbe, ja, und sonst, ja, ist nicht schlimm. Die Länge. Mein Handy. So, hier vorne krach ein bisschen. Ja, auf jeden Fall 12% gefärbt und jetzt halt mal blondiert. Also ich glaube, da würden manche Haare echt Ciao sagen. Und bei mir ist es, ja, ich dachte wirklich, sie sind danach kaputt. Aber heute nach dem ersten Waschen, nee, sind sie nicht. Sie sind echt nicht kaputt. Sie sind vielleicht, ja, wie immer halt ein bisschen angegriffen oder aufgeraut, wie man das jetzt auch nicht mehr nennen mag. Aber ihr seht es ja nun selber. Ich habe echt Glück. Ja, so, hier schön kämmen. Das ist das Wichtigste, auf jeden Fall. Und jetzt wieder zum Wunderwerk. Ich finde halt auch den Preis der Bürste extrem, extrem gut, ja. Also 36 Euro, glaube ich. Auf jeden Fall knapp 40. Der absolute Oberwahnsinn. Ach, wisst ihr, was mich da nun mal ärgert? Ich könnte wetten. Es gibt schon 500 Videos mit diesem Gerät. Und ich habe es noch nicht gesehen. Und tue jetzt gerade so, als hätte ich es entwickelt und entdeckt. Und da wäre es wahrscheinlich schon völligst überhypt. Und ihr denkt euch jetzt gerade, hat die Alte einen Schliss oder was? Aber ich kann euch echt sagen, ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. So, jetzt seht ihr gleich meinen Pony. Das war echt auch eine dumme Idee. Da habe ich mich auch wieder Donne von Mike belullen lassen, ja. Na ja. Wenn Caro das jetzt sieht, die lacht sich gleich kaputt. Ihr wisst ja, Caro und ihr Pony, das ist einfach mal mega. Ja, ich kann mal so ein geiles Pony haben. So. Das mit dem Kabel hätte ich heute irgendwie besser klären können. Ist nicht so. Aber da habe ich ja noch gesteckt. Also vielleicht sollte ich die jetzt nehmen. Ja, das ist eine Idee. Das probiere ich jetzt mal. Wartet mal. Ah, immer hier, ne. Ja, super. Gute Idee. Habe ich da nicht eher drauf bekommen. So. Und jetzt die letzte Stelle. Nicht normal, oder? Dass mir immer alles runterfallen muss. So. Ach, ja. Ja, Mädels. Das ist der Grund, warum ich immer Haartutorial jetzt ein bisschen komisch finde. Irgendwie. Ich weiß aber nicht, was ich da erzählen soll, ne. Aus dem wir gerade waren. Wir haben es heute ganz, 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 ganz drückendes Wetter. Richtig unangenehm ist es. So. Ein Kabel reicht nicht. Und ihr seht, also immer den letzten Bereich drehe ich komplett ein, ja, komplett. Bei den Spitzen ziehe ich immer nur lang, dass es wirklich schön glatt wird. Gerade bei meiner Haarstruktur wirklich zu empfehlen. Also eigentlich nur wie Bürsten, ja. Lang ziehen und der letzte Rest wird eingedreht. Gedreht, gedreht, gedreht. Warum, 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 was ist denn das jetzt? Kriegt's schon mal, dass die Krise. Ich glaube aber auch einfach, mein Pony hat jetzt schon so eine Länge erlangt, die nicht gut ist. Jetzt träg ich's einfach so. Oh ja. Oh, oh. Oh, hallo Pony. Hello. So Mädels. Ach man, die Seite. Ich komm nicht mit dem, mit dem Kabel hin. Das nervt mich jetzt hier so ein bisschen ab, wa? Das mach ich halt immer alles ein bisschen nach außen hier, dass ihr das jetzt schon so mitbekommen habt. So. Sieht ihr das? Also du kannst damit einfach mal machen, was du willst, wa? Innen, außen. Und ich glaube auch hier, die Mädels unter uns mit einem Longbob oder mit einem Bob, die einfach echt immer drauf achten müssen, dass du unten so einen schönen Schwung hast. Die können damit einfach mal alles machen. Also ich sag's euch, das Ding ist jeden Cent wert und das ersetzt einfach mal jede verdammte Rundbürste. Und wie gesagt, das mit Rundbürste und Föhn, das ist natürlich nicht zu ersetzen. Aber das kann man nun mal selber nicht alleine. Also ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung nach. Also ich kann's nicht. Meine, eine richtige Frisörsin, die wird das bei sich selber auch können. Aber das sind wir nun mal nicht alle. Ich denke, hier werden ein paar sitzen. Und sich, also, hier werden ein paar sitzen. Vor allem hier. Ich denke, aber es gucken mir ein paar zu, die quasi vom Tag sind. Aber, also ich kann das nicht. Ich bin ja schon so ein Legastheniker hier mit dem Ding. So, ich würde jetzt sagen, ähm, ja, ich gehe noch mal kurz an den Spiegel, damit ich mich noch mal kurz in Ruhe sehe. Und dann komme ich noch mal her. Wartet. So, ihr Lieben. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe nur noch mal eine Strähne gemacht und vor allem hier die Ansätze. Das ist immer so ein bisschen schwer, wenn man halt nicht vor dem Spiegel steht, ja. Und immer an den Bildschirm gucken ist halt auch ein bisschen blöd. Also, das ist jetzt das Ergebnis mit diesem, äh, ja, Lockenstab. Mit der Rundbürste, mit der nicht rotierenden Rundbürste. So sieht es aus. Ich hoffe, dass der Bereich auch gut ist. Da habe ich mir jetzt wirklich nicht so viel Mühe gegeben. Aber ich denke, ich denke doch, oder? So sieht es jetzt aus wie vom Friseur, sagt man. Sieht doch aus wie vom Friseur, oder? Oh, ich bin so glücklich, ja. Und dann mache ich die Haarhaltung. Oh, jetzt guckt sich mein BH raus. Gott, ja. Das mag ich auch ja nicht, wa? Ja, und auf jeden Fall mag ich das sehr, so. Also wie gesagt, mein Pornier, das war irgendwie alles keine gute Entscheidung, dass ich die Schnitten noch ausschneiden lassen habe. Aber egal, so. Ähm, ja, was mache ich dann immer in mein Haar rein, wenn ich dann fertig bin? Also wenn ich rausgehe und es soll eine Weile halten, mache ich immer das L'Oreal Studio Lines Sporenlos FX Styling Spray drauf. Das ist das. Ich liebe das sehr. Das lässt sich wirklich schön wieder auskennen. Und das Schöne ist, es hinterlässt keine weißen Pünktchen auf dem Haar. Das finde ich immer gut. Dann von Schwarzkopf Gliscor mein Glanztonic. Ich benutze es immer noch. Ich liebe es, ähm, ja. Ich finde nur, es ist total schnell alle. Und deshalb werde ich mir jetzt irgendwann bald mal ein anderes kaufen. Und was ich jetzt ganz neu habe, und da kommen wir dann auch gleich zu meinem super Haargefühl hin. Ich habe mir von Garnier Fruchtis die Öl Repair 3 Wunderbutter gekauft. Ich habe mir die komplette Serie gekauft. Shampoo, Conditioner, Kour und diese Creme. Und die habe ich mir heute Morgen vor dem, also mit der anderen Klerastase Creme, habe ich mir die zusammen ins Haar gemacht. Und ich bin echt ehrlich. Also wirklich, Mädels, ich war nur am Dienstag, heute ist jetzt Samstag, genau, war ich Dienstag färben und blondieren. Also blondieren und färben. Das komplette Haar mit 6% nochmal färben. Und das ist alles ja nun, ihr wisst, was meine Haare durchgemacht haben. Und die sehen so aus. Also, ja, ich finde diese Pflege echt gut. Ich habe auch das Shampoo nur benutzt, nichts anderes. Ähm, ja. Ja, also das spricht für sich, genau. Jetzt überlege ich noch, ob ich euch noch was benutze. Nö, das war's. Ja, Mädels, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war mal wieder schön, von mir so ein Video zu sehen, so ein Haar-Video. Und ja, lasst mich bitte unbedingt wissen. Ach ja, ich verlinke euch das Gerät und ein paar Produkte in der Infobox unten. Könnt ihr dann reinschauen und draufklicken. Ihr könnt es natürlich woanders kaufen. Ich sage es nochmal dazu. Und ja, lasst mich doch bitte wissen, A, ob ihr das Gerät schon kennt. Und B, ob ihr euch das bestellen oder kaufen wollt. Und C, wenn ihr es habt, wie ihr es findet. Genau, das wäre richtig gut. Jo, Mädels, dann danke fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ähm, ja. Und bis dann. Tschüss.